Ein VPN, ein virtuelles privates Netzwerk, schützt die Automatisierungszelle vor allem gegen Betrüger, die tarnen, täuschen und tricksen. Aber wie arbeiten diese Betrüger? Im Internet bzw. über dessen Protokolle kann jeder Teilnehmer mit jedem anderen Teilnehmer beliebig Daten austauschen. Dieser Vorgang ist recht einfach und basiert im Wesentlichen auf Paketen mit Absender- und Empfängeradressen. Das Fälschen, zum Beispiel der Absenderadresse, ist für die Betrüger technisch keine große Herausforderung. Die Absenderadressen werden einfach überschrieben. Damit erschleichen sich die Betrüger beim Empfänger zu Unrecht das Vertrauen und können mit den gefälschten Absenderadressen zum Beispiel Prozessdaten abgreifen oder verändern. Neben dem Fälschen von Absenderadressen, welches man auch Spoofing nennt, schützt ein VPN auch effektiv gegen Hijacking, Replay, Sniffing und Man-in-the-Middle-Attacken. Damit es nicht zu derartigen Betrügereien kommen kann, verwendet man also als Schutzmechanismus das eingangs erwähnte VPN. VPN spannt ein virtuelles, privates Netzwerk zwischen zwei Partnern auf, das man sich wie einen Tunnel vorstellen kann, an dem die Angriffe der Betrüger einfach abprallen. Von innen sieht das VPN aus wie ein normales Netzwerk. Bei der Adressierung und Konfiguration gibt es nichts Besonderes zu beachten. Beim Aufbau einer VPN-Verbindung fungiert ein Partner als Server, der andere als Client. Was passiert nun also beim Aufbau der Verbindung? Erstens, der VPN-Server wartet darauf, dass der andere Partner, also der Client, aktiv eine Verbindungsanfrage an ihn richtet. Zweitens, in der Verbindungsanfrage schlägt der Client dem Server eine Verschlüsselungs- und Authentifizierungsmethode vor. Drittens, Server und Client einigen sich auf ein Verfahren, das beide Partner unterstützen. Der Tunnel ist aufgebaut und die Netzwerkteilnehmer jenseits des VPN-Clients und Servers können nun über einen sicheren Kanal miteinander kommunizieren. Verkaufst. Schönein Vielen Dank.